hallo zusammen hier ist der frank schuh und wir machen heute am nachmittag des 18 januar um 16 uhr punkt wieder den marktüberblick hier in den märkten ein bisschen was hat sich bewegt aber nicht viel dennoch möchte ich da kurz was zu sagen wenn wir uns jetzt algorithmus hier im überblick mal anschauen dann sieht das nicht nach fallenden kursen aus allerdings bin ich der meinung dass wir hier vor dem abschwung stehen vor der korrektur stehen das geht dann allerdings aus meinen analysen hervor constantin ich habe dich erschrocken ja ich habe geschrien lange nichts von mir gehört im live stream und nun wirklich die leute unsanft auf das kann passieren also wenn meine einschätzung zutrifft dann sehen wir jetzt den moment in der jetzt nahe bevorsteht also ich kann es jetzt auch nicht auf den tag und die stunde sagen wenn dass wir in den indizes ich beschränke das jetzt mal insbesondere auf die indizes dass wir dort eine größere korrekturphase erleben wenn das stimmt dann geht das aber nicht ohne schmerzen ab dann müssen wir immer damit rechnen dass noch einmal irgendetwas sich in den kursen tut was diejenigen die zu früh auf fallend gesetzt haben noch mal eins ausgewicht bekommen damit das geld was ihnen gehört möglichst dann in die taschen derer wandert die besser spielen damit muss man zumindest rechnen da möchte ich ja schon mal darauf hinweisen dass das immer wichtig ist jetzt aufzupassen natürlich kann man den mit einem entsprechenden stopp vorsorgen aber auch die werden gerne gefischt wenn man diese bewegung mitnehmen möchte dann muss man das schon ein bisschen großzügiger mit den stopps umgehen das vorneweg also weiter geht's ich fange an mit dem dax index im fünf minuten chart da haben wir unten zwei und oben drei da geht es hoch in 15 minuten chart da haben wir im dax auch oben eine 3 im 30 minuten chart das gleiche er steigt auf allen ebenen wieder im stunden chart steigt er in vier stunden chart steigt er und auch im acht stunden chart also der ist auf allen ebenen sicher der will weiter steigen warten wir es ab im nestek sind wir jetzt im 5 minuten chart dort sehen wir nach oben hin eine welle 3 einer welle 5 also steigend im 5 minuten chart im 15 minuten chart da sehen wir jetzt auch hier oben eine 3 in 30 minuten chart sehen wir hier auch die 3 allerdings wie es schon heute morgen und auch schon vorher hier oben die 2 die das ganze begrenzt der hat ihn aber noch mal hoch gesetzt weil er hat das nächste ziel erreicht hier sieht er jetzt statt bei 11.600 und sieht er das ziel jetzt bei 11.750 11.760 das ist erstmal die einschätzung des algorithmus dazu im vier stunden chart das gleiche und im acht stunden chart auch das gleiche das heißt die anderen zeiteinheiten die wir sehen die die zeigen halt eben nicht dass wir oben in die zwei rein laufen aber generell sollte es hier laut algorithmus hier oben die begrenzung geben ja und das sind dann hier wenn wir das jetzt nochmal umrechnen in ein retracement und das hier anlegen dann sind wir hier bei diesem retracement der hat das in die mitte gesetzt zwischen 61,8 und 78 6 das heißt ein paar pünktchen noch aber luft haben wir noch bis hier oben oben erst hier oben ist die make or break linie soweit dürfte er nach laufen ohne dass irgendwas daran auszusetzen wäre ja ok gehen wir weiter standard and pours 500 unten die eins oben die zwei es geht runter in die drei fünf minuten chart im 15er geht es runter in die drei im 30er da geht es hoch in die drei im stunden chart geht es runter im vier stunden chart geht es runter im acht stunden chart da geht es dann wieder hoch hier das gleiche bild im vier stunden chart das retracement hat auch so jetzt 70 80 prozent gemacht hier könnte zum wendepunkt mutieren das ding und dann sehen wir fallende kurse dann der dow jones index im fünf minuten chart steigend in der drei im 15er fallend in der drei da haben wir auch hier die zwei hier die zwei aber ihr seht hier da ist die eins die zwei hat noch gar nicht so viel rücklauf gemacht das heißt die ist jetzt erstmal hier geparkt worden vom algorithmus aber auch hier kann noch mal ein paar punkte nach oben kommen und dann erst runter gehen das eher ist noch nicht wirklich sicher dass das so ausgeht dann im 30 minuten chart hier b fertig machen oben dann geht es runter in die c und die vier im stunden chart da geht es runter in die drei das gleiche bild bisher noch schwach ausgebildete zwei da ist noch luft im vier stunden chart da geht es nach oben in die drei und dem acht stunden chart geht es auch nach oben aber in die ja auch in die drei im kreis nach oben euro us dollar in fünf minuten chart da haben wir hier oben die welle 3 der welle 3 in die wir unterwegs sind im 15 minuten chart auch nach oben in die drei gleiches im 30 minuten chart auch im stunden chart die drei oben im vier stunden chart haben wir die drei oben und auch im acht stunden chart bei euro us dollar ist es wie die letzten tage meistens sehr klar und deutlich im net gas da haben wir jetzt hier unten eine b hier eine vier es geht runter in die fünf in fünf minuten chart im 15 minuten chart da geht es noch mal kurz in die zwei ein paar tics und dann geht es runter in die drei im 30 minuten chart das gleiche da geht es noch mal ein paar pünktchen nach oben und dann runter in die drei so und dann geht es weiter mit dem stunden chart da geht es auch runter in die drei und dem acht stunden chart jetzt auch runter in die drei auch da ist alles auf schiene alles auf fallende kurse ausgelegt beim öl haben wir jetzt hier einen kurswechsel da ist die die zwei nach oben sind wir in der drei unterwegs in 30 minuten schalzen wir nach oben in der drei unterwegs im 30 minuten chart sind hier nach oben in der drei unterwegs im stunden chart sind wir nach oben in der drei unterwegs und hier sehen wir dann jetzt wie aus dem nichts plötzlich die 2 die war vorher hier unten die hat sich neu organisiert und die soll jetzt gehen bis etwa 84 und etwas. Und im 8 Stunden Chart, da machen wir hier erst eine 1, da will er weiter steigen. Ist nicht ganz klar, das heißt der Count ist noch neu, der hat sich umgestellt und da kann es durchaus passieren, dass der Algorithmus ein bisschen Zeit benötigt, um den entsprechend stabil zu haben. Das warten wir mal ab, morgen sehen wir da schon wieder etwas mehr. So, dann geht es weiter mit dem Gold. Gold im 5 Minuten Chart hoch in die Welle 5, da sind wir in der 3 der 5 unterwegs. Im 15 Minuten Chart hoch in die 5, im 30 Minuten Chart hoch in die 5, aber damit auch in die 3. Im Stunden Chart hoch in die 3, im 4 Stunden Chart hoch in die 3, aber dann hier oben die Begrenzung bei 19,61 ungefähr. Dann geht es wieder runter, 8 Stunden Chart, das gleiche. Dann noch das Silber, A, B, C, das heißt es geht im 5 Minuten Chart runter in die C. Im 15 Minuten Chart geht es auch runter, hier in die 3. Im 30 Minuten Chart, da geht es jetzt plötzlich aber hoch in die 3. Im Stunden Chart geht es hoch in die 3, im 4 Stunden Chart geht es runter in die 3. Und im 8 Stunden Chart geht es auch runter in die 3. Das hier ist sehr gefährlich, also die 2 hat quasi sozusagen ihre 100% hier gemacht. Das könnte sein, dass das ganze Ding kippt und dann nach oben durchgeht. Abwarten. Also das sieht nicht gesund aus hier, diese Melle 2. Das war es jetzt von den Märkten für den Moment. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020